Ja moin, Markus von Detektor FM. Ich habe zwei Aufgaben. Eine habe ich bekommen und eine habe ich mir selbst genommen. Die bekommene heißt, ich soll ein bisschen erzählen, wie wir Radio im Netz machen, was für uns ein Unterschied ist zwischen Podcast und Sendung. Spoiler, es gibt keinen. Und wie wir Geld verdienen. Das Zweite ist, dass ich so frei war, weil ich glaube nicht hundertprozentig Teil der immer gehörten Community zu sein, dass ich so frei war, mir ein paar Botschaften rauszunehmen an diese Community, die kommt zum Ende. Ich fürchte, es wird nicht jedem gefallen. Zur Not muss ich schnell gehen, aber wir werden es schon schaffen. So, also, wer wir sind, was wir machen und warum wir glauben, dass Podcast genauso cool ist wie Radio machen am Netz. Erster Teil des Vortrages, ich stelle uns mal vor. Was ist Detektor FM? Was machen wir eigentlich? Wir sind ein privat finanziertes Radio und bundesweit. Privat finanziert muss man in Deutschland sagen, um sich abzugrenzen von denen, die es nicht sind. Also, über uns regnet es keine Gebührengelder. Es gibt keinen großen Verlag im Genick, kein Mäzen, nichts, das uns regelmäßig mit Geld füllt. Wir müssen das selbst verdienen. Bundesweit ist ein bisschen sinnlos, das zu sagen, wenn man im Netz zu Hause ist. Das kennt jetzt die Bundeslandgrenzen nicht. Wir machen einfach Themen, die bundesweit relevant sind. Das heißt, was für uns ein Thema ist, ist nicht das, was in Leipzig interessant ist oder was irgendwo vor Ort interessiert, sondern es muss eine bundesweite Relevanz haben. Da steht jetzt journalistisch hochwertige Inhalte. Damit meinen wir nicht nur unsere Wortinhalte. Also, die schon auch. Wir machen keine Nachrichten, nicht so diese News und das Mitgehetze und einfach heute ist das passiert, sondern wir versuchen immer den Hintergrund zu den Nachrichten auszuleuchten. Aber dieses journalistisch hochwertig bezieht sich auch auf unsere Musikredaktion. Auch die hat den Auftrag, zu wühlen und zu suchen und Sachen selbst zu finden und auch Sachen scheiße zu finden. Also im Prinzip das, was ein Journalist irgendwie tun soll, Dinge zu sortieren, Dinge einzuordnen, Dinge selbst neu zu entdecken. Das ist was, was bei uns auch die Musikredaktion ins Stammbuch geschrieben bekommen hat. Steht jetzt da schon, kombiniert Journalismus mit moderner Popmusik. Naja. Und den nächsten Absatz habe ich speziell für Tim hingeschrieben. Man hat uns relativ früh angefangen, Awards hast du es genannt, zu verleihen. Wir hatten damit nichts zu tun. Das ist von allein so passiert. Macht aber Spaß. Also ich verstehe alles, was du gesagt hast dazu, aber jetzt von der anderen Seite der Erde fühlt sich das nicht nur unterhaltsam an, sondern das ist auch meistens ganz witzig. Ohne das geht es zwar auch, aber ich muss ehrlicherweise sagen, das hat uns schon arg geholfen. Also wenn es um Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und so geht, da stehen jetzt so ein, zwei Namen. Wenn du die irgendwie drauf hast, ist das wie so ein TÜV-Siegel. Du kannst das nicht kaufen, kannst da nichts für tun und danach glauben dir halt Leute Dinge, die sie dir vorher vielleicht nicht geglaubt haben. So sehen wir aus. Responsives Design wird jetzt ja auch niemanden mehr so wahnsinnig antörnen. Wie verdienen wir unser Geld? Ist vielleicht die interessantere Sache. Es sind ein paar Säulen, auf denen wir stehen. Die linke Säule Werbepartner. Flackert es wegen mir? Nee. Die linke Säule Werbepartner. Also bei uns gibt es regelmäßige Serien im Programm, regelmäßige Rubriken im Programm und die können Partner präsentieren. Also da gibt es wegen mir eine Umweltrubrik, die kommt jeden Donnerstag. Wir besprechen Umweltthemen. Davor und danach geht Bimmelimelim, präsentiert vom Umweltbundesamt. Warum sollte das Umweltbundesamt das tun? Die Frage ist legitim. Oder jeder andere Partner, mit dem wir arbeiten, auch. Das hat mehrere Gründe. Zum einen erreicht man bei uns Leute, die man mit klassischer Werbung nicht erreicht. Ich würde mal sagen, die meisten hier gehören dazu. Also das sind Menschen, die kommen nach Hause, machen den Briefkasten aufnehmen, die Werbung schmeißen die weg. Das bringt überhaupt nichts an, die heranzutreten über so eine Form, sondern du musst irgendwie inhaltlich mit denen kommunizieren. Also diese inhaltliche Herangehensweise ist das eine. Das zweite ist, jetzt haben all diese Firmen und Unternehmen und Einrichtungen auch einen Blog und soziale Netzwerke, Profile und alles mögliche und da muss man irgendwas tun. Da kann man auch mal eine Katze reinwerfen, kann man auch zweimal eine Katze reinwerfen und irgendwann erschöpft sich dieses Spiel. Also da müssen irgendwie Inhalte ran. Wenn man mit uns so eine Partnerschaft eingeht, hat man einmal die Woche so einen Inhalt. Da steht jede Woche entsteht ein Audio. Das kann man auch verschriftlichen, wenn man möchte. Das kann man jede Woche verteilen auf Blogs, sozialen Netzwerken, wie auch immer. Man ist ja Partner von uns. Jetzt werden die Leute natürlich kommen und sagen, wie kann ich euch noch glauben, wenn ihr euch bezahlen lasst für den Inhalt. Wir haben zu diesem Zwecke eine Art chinesische Mauer. Das heißt, bei uns gibt es jemanden, der verantwortet den Bereich Vermarktung, Geld verdienen, Kundenbetreuung. Das ist Christian. Und dann gibt es jemanden, der verantwortet den Bereich Geld ausgeben. Das bin ich. Und ich bin dafür da, die Redaktion irgendwie zu betreuen. Und Christian ist dafür da, das Geld zu verdienen. Das ist natürlich nicht hundertprozentig trennscharf, weil wir zusammenarbeiten jeden Tag. Aber im Zweifel könnten wir uns gegenseitig nicht reinreden. Die Redaktion macht diese Themen auch unabhängig und selbst. Also es gibt nicht solche Sachen wie eine Telco am Anfang des Monats, wo jetzt der Partner sagt, diesen Monat bitte das und das mit jenem Gesprächspartner. Sowas gibt es nicht. Macht die Redaktion tatsächlich unabhängig. Verbürgen wir uns auch dafür. Gibt auch einen ganz einfachen Check oder zwei Checks dafür. Zum einen haben wir einen Redaktionskodex, über den rede ich gleich noch. An dem kann uns jeder abprüfen. Zum anderen, wir stellen alles, was wir machen, 100 Prozent online und lassen es für immer dort. Das heißt, selbst wenn wir irgendwie der Ansicht wären, wir müssen irgendwie jetzt irgendeinen gekauften Content produzieren, noch in drei Jahren könnte irgendeiner aus dem Loch kommen und sagen, damals habt ihr aber und ich nagel euch jetzt fest und ihr wisst genau, wie sowas im sozialen Netzwerk ist. Die Leute warten teilweise nur drauf. Also wir können uns das nicht erlauben. Machen wir auch nicht. Audioproduktion ist die zweite Einnahmequelle. Das hat nichts mit dem Sender zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir Sprecher haben, Schnittrechner, Studiokabinen und so. Also bei uns kann man anrufen und einfach Audio bestellen. Machen wir dann als Dienstleister. Das dritte ist im Prinzip sowas wie jetzt hier. Wissenstransfer. Wir hatten das nie so richtig vor. Es steht auch nicht in irgendeinem Businessplan oder so. Inzwischen lädt man uns doch recht hochtaktisch ein zu irgendwelchen Veranstaltungen oder teilt Lehraufträge aus und sowas. Und das ist unterm Strich gar nicht mehr so uninteressant. Also wirtschaftlich meine ich jetzt. Das ist zwar auch schön, weil man immer was Neues selbst dazu lernt, aber es bringt ein bisschen Geld auch rein. Nochmal zurück zu diesen Formen, die wir eingehen mit den Partnern. Es hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Du erreichst die Leute kanalisiert. Das heißt, über eine Themenwelt. Wenn du quasi dich für Fahrradthemen interessierst, abonnierst du einen Fahrradpodcast. Du musst nicht zugeballert werden mit einem Gesamtprogramm, sondern du abonnierst das, wofür du dich interessierst. Man kann also davon ausgehen, dass die die Schwelle der Leute, die sinnlos erreicht werden, nahezu gen Null geht. Also wenn du irgendein Plakat druckst, dann sehen das tausend Leute und 950 interessiert es überhaupt nicht. Das ist in unserem Fall natürlich genau andersrum. Wer abonniert, interessiert, ist es auch interessiert daran. Stehen jetzt noch so ein paar Beispiele da unten. Wie gesagt, wir spielen alles als eigenen Feed aus. Das heißt, man kann, wenn man komplett schmerzfrei ist, den großen Feed abonnieren. Da kriegt man einfach alles. Und dann teilt sich das nach unten so durch, bis hin zu wegen mir auch nur den Fahrradpodcast abonnieren oder nur die Wirtschaftsthemen abonnieren oder so. Unseren Redaktionskodex habe ich schon angesprochen. Da stehen so Sachen drin, die eigentlich selbstverständlich sein sollten in dem funktionierenden Mediensystem. Ihr werdet nicht glauben, wie oft wir auf irgendwelchen Veranstaltungen darauf angesprochen werden. Das ist ja ganz besonders. Ihr habt ja einen Redaktionskodex. Da steht ja drin, dass ihr zuverlässig arbeitet. Also dass das inzwischen schon zum Hervorstechungsmerkmal gereicht, sagt auch so einiges. Wir haben den geschrieben, das ist interessant, im Jahr 2008 in einem ehemaligen Kloster auf der Wiese, komplett offline. Kein Telefon, kein Netz, gar nichts. Wir saßen da ausschließlich mit den Leuten aus unserem Startteam und haben überlegt, was uns wichtig ist. Wir hatten so ein paar Vorbilder natürlich, aber wir haben die Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel Vier-Augen-Prinzip. Inzwischen sind wir sogar zu einem Sechs-Augen-Prinzip übergegangen, weil man dann doch den ein oder anderen Rechtschreibfehler nicht sieht zum Beispiel. Dass wir natürlich Gegendarstellungen machen, wenn wir es verbockt haben, dass wir uns korrigieren, dass sich die GmbH vor den Mitarbeitern stellt, im Falle eines Rechtsstreits und den Anwalt trägt. Und solche Sachen stehen da drin. Das ist alles nichts Weltbewegendes. Haben wir einfach für uns aufgeschrieben. Ist einfach unser Untergrund, unter dem wir arbeiten. So, für die Masoristen unter euch, die in Zahlen funktionieren, das sind wir in Zahlen. Manches ist nicht so ganz ultra up-to-date, aber ich dachte, das hat keinen großen Sinn, das jetzt immer so in Echtzeit mitzubringen. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel verschoben dran. Der klassische Radiomarkt macht ja gerne mal sowas. Er weist sich aus in der technischen Reichweite. Die technische Reichweite, das sind all die Leute, die wohnen in deinem Sendegebiet. Und selbst wenn man auch nur den Sendernamen schon mal gehört hat, dann zählt man im Prinzip zum weitesten Hörerkreis. Würden wir genauso funktionieren, würden wir einfach ziemlich valide ausweisen können. Unser Nutzerkreis ist ungefähr bei 700.000 im Monat. Dass das nicht so wahnsinnig stichhaltig ist, wird jeder nachvollziehen können. Aber das ist im Prinzip, wie die Vermarktung im Radiomarkt bisher funktioniert. Wir spielen das Spiel nicht so richtig mit. Das liegt natürlich auch daran, dass man im Netz theoretisch Echtzeit-Nutzerdaten erheben kann, wenn man es denn will. Dann komme ich ein bisschen zu unserem theoretischen Background. Warum haben wir das gemacht? Eine Firma gründen, um Radio im Netz zu machen. Wir waren damals Freie auch vor ARD-Wellen und haben gesehen, dass dieser Radiomarkt oder das, was man als Freie absetzen und verkaufen kann, doch ein bisschen gleichförmiger wird. Die Längen haben sich immer mehr angeglichen. Die Themen haben sich immer mehr angeglichen. Es gibt dann doch Themen, die einfach jede Welle kauft und Themen, die keine Welle kaufen. Das ist halt immer so. Und wir haben dann uns tatsächlich gefragt, warum gibt es eigentlich sowas wie eine süddeutsche Zeitung oder sowas? Also nicht bundesweit. Warum gibt es das nicht zum Hören? Wo ist das eigentlich? Also man kann den Deutschlandfunk und das Deutschlandradio ja hören. Ich mag die auch total gern. Aber wenn man die eine Stunde hört, ist man auch K.O. Und der durchschnittliche Hörer ist 61 Jahre alt und auf der anderen Welle 67. Das ist der Durchschnitt. Ja, also da sind Leute wie wir schon eingerechnet. Das kann es also irgendwie nicht sein mit dieser Radio-Zukunft. Und da haben wir uns gedacht, das probieren wir selbst. Unter anderem, weil es im Netz inzwischen auch geht. Und weil die Leute eben nicht mehr, wie man das auf den alten Fotos immer kennt, alle sitzen um ein Radiogerät oder ein Fernsehgerät. Man hat diesen Lagerfeuer-Effekt. Das ist ja heute nicht mehr so. Auf der anderen Seite gibt es schon noch dieses gemeinsame Hören. Man kommuniziert halt nur an anderer Stelle darüber, dass dann ein Facebook-Stream oder ein Hashtag oder wie auch immer. Also ein bisschen Lagerfeuer-Ding ist da schon auch noch da. Jetzt kann man natürlich sehr legitim fragen, warum soll es denn in Zukunft überhaupt noch Hörer geben und nicht nur Nutzer? Und warum macht nicht jeder seins? Und das, glauben wir, ist was, was sich auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Das liegt an dieser Matrix hier. Man kann die Mediengattungen, die wir heute kennen, da wir alle noch keinen Chip im Genick haben, im Prinzip auf solche Sachen sortieren. Sie funktionieren entweder übers Auge oder übers Ohr, optisch oder akustisch. Das ist klar. Oder sie sind Lean-Back- oder Lean-Forward-Medium. Heißt, lehne ich mich zurück? Lasse ich mich berieseln, die Glotze? Oder muss ich selbst aktiv werden? Muss ich mich nach vorne lehnen? Das ist Zeitung und auch Netz, weil ich es da selbst bedienen muss. So, und jetzt sind die Sachen, die hier nah beieinander liegen, Sachen, die sich nicht gut vertragen. Also zum Beispiel surfen und dabei eine Zeitung lesen, nicht so geil. Fernsehen und dabei Radio hören, auch nicht so cool. Aber man kann natürlich total perfekt online sein und dabei hören. Und vor diesem Hintergrund glauben wir, dass der Hörer als Gattung so schnell nicht aussterben wird. Das liegt natürlich auch daran, dass man beim Joggen, Gurke schneiden und was es sonst alles immer so für Beispiele gibt, nicht einfach YouTube gucken kann. Kann man schon, geht über kurz oder lang aber schief. Deswegen setzen wir sehr stark auf das Hören. So, was wir auch machen, ist echte Experimente. Machen statt quatschen, ist unser inoffizielles Motto. Wir müssen das auch deswegen ein bisschen machen, weil unser Content, den wir machen, wir geben uns zwar große Mühe, dass der wertvoll ist, aber dieser Markt, dieser Medienmarkt, muss ich mal sagen, ist arg in Bewegung und du musst im Prinzip Sichtbarkeit herstellen durch Innovation. Wir haben uns eigentlich als Ziel gestellt, so mindestens einmal im Jahr wenigstens irgendwas Neues hervorzubringen, über das wir dann weiter reden können. Das machen wir auch ganz offen und ohne Berührungsängste. Also alles, was wir an Erfahrungen sammeln, kann man von uns abholen und kann auch anrufen oder uns auf irgendwelchen Podien ausfragen oder so. Wir behalten das immer nicht für uns. Das sah in den letzten Jahren so aus. Also als wir gestartet haben, 2009 waren wir, wenn wir das richtig überblickt haben, eine der ersten Medienwebseiten auf HTML5. Wir haben dann tatsächlich, da grinsen schon einige, Apps gebaut für die VZ-Netzwerke und Facebook. Das war die Zeit, als die Facebook-Profile noch oben solche Reiter hatten, so Karteikarten. Und da war es mal ein ganz heißes Ding, dass man so Sachen programmieren konnte, um das dann auf einen so einen Reiter zu legen. Da haben wir gedacht, das ist ja mega. Wir produzieren einen Player, dann schieben die sich den Leuten auf so einen Reiter, dann können sie den ganzen Tag in Facebook verdatteln und da bei uns hören. Super duper. Haben wir gemacht, haben wir Geld bezahlt an die Programmierer dafür. 14 Tage später hat Facebook die Architektur umgestellt, der Profile, die Reiter waren dahin, das Geld hätten wir auch anzünden können. Das ist halt das Problem, wenn man mit solchen Playern arbeitet. Die rufen in der Regel nicht vorher an, bevor sie was ändern wollen. Aber das ist ein bisschen, um das Wort zu bemühen, alternativlos. So 2011, Scrobeln, auch das war damals noch eine ganz wichtige Sache. 2012 haben wir probiert, kann man Radio nur mit Smartphone machen, ohne Studio, ohne Aufnahmegerät, ohne alles. Ja, das geht. Ist ein bisschen aufwendig, aber es klingt okay. Und inzwischen hat sich audioqualitätsmäßig da nochmal einiges getan. Das ist auch mit diesem berühmten Preis ausgezeichnet worden, wo dann immer diese Fotos von uns rumgehen, wo wir ein bisschen bedattelt neben Robbie Williams stehen. Die Geschichte kann ich nachher noch erzählen. Haben wir nicht damit gerechnet, dass wir diesen Preis kriegen. Ist keine Korketerie, haben wir wirklich nicht. Ich war auch betrunken zur Preisverleihung, deswegen ist halt so. 2013 eine Spotify-App, zeige ich gleich noch. Dann hat Spotify sich entschieden, die Drittanbieter-Apps rauszuschmeißen. War auch nicht so schön für uns. 2014 eine App auf Smart-TVs. Interessantes Thema, sage ich gleich noch was dazu. Und seit letztem Jahr sind wir der erste IP-Radioanbieter, der auch im Auto funktioniert. So sieht das aus mit Radio mit Smartphone machen. Ist auch kein neues Thema mehr. So sah die App aus in Spotify. Es gab dann an der Seite tatsächlich diese Möglichkeit, sich von Drittanbietern einfach solche Apps hier hinzulegen. Warum haben wir das gemacht? Jetzt kann man natürlich sagen, Spotify ist ja der Feind für die Radiosender. Das ist überhaupt nicht unsere Denke. Ich sage dergleichen noch was dazu. Unsere Denke ist grundsätzlich Fischware, Fischar. Und wenn wir sehen, die Leute tummeln sich da halt, dann wollen wir da eben auch sein. Im Übrigen hat das auch was mit Sichtbarkeit zu tun, mit Aufwertung der Marke. Wenn da eben solche Apps sind wie Guardian oder Hot or Not oder die Hype Machine und du bist einer der Ersten, der mit dabei ist, dann heißt das natürlich nicht ansatzweise, du bist so stark wie der Guardian, aber die Leute nehmen dich halt so wahr. Das einfach nur, weil du schnell und agil bist. So. Smart TV App ist ein spannendes Thema. Man muss daran nicht glauben, dass das mit den Smart TVs überhaupt irgendwas wird. Und ich weiß, dass die Dinge auch so einige Nachteile haben. Aber was wir gemerkt haben ist, dass wenn irgendwo in der Ecke einfach ein Screen steht, der vor sich hin flimmert und da kommt aber Audio raus, dann gibt es ganz viele solche Effekte, dass man einfach in dem Raum rumläuft, sagen, was ist ein Büro und da kommt ein Song oder so und man denkt, was ist das eigentlich? Man braucht nur kurz hingucken, sieht den Artist, sieht das Cover und alles ist erledigt. Kein separates Device öffnen, keine App öffnen, nichts, nirgendwo irgendeine blöde Seite noch aufmachen oder irgendwas. Das heißt, du hast im Prinzip so eine optische Zusatzfläche fürs Radioprogramm. Ist für uns auch deswegen interessant, weil wir zum einen davon ausgehen, dass diese Smart TVs über kurz oder lang so eine Art Medienschaltzentrale werden, die halt ganz viele Geräte zu Hause zentral ansteuern. Und du sitzt dann halt im Zweifel Freitagabend auf dem Sofa und konsumierst irgendwelche Medien, die du dir über die Woche gebooktmarkt hast, nochmal nach und das über einen ordentlichen und großen Screen. Und wenn du dann so eine Art, wie in dem Fall zum Beispiel Mediathek hast, wo jetzt nur unsere Beiträge drin sind, ist das ziemlich komfortabel, weil die Leute so auch nochmal ein bisschen tiefer ins Programm gezogen werden. Die entdecken dann Sachen, die sie unter der Woche zum Beispiel eben nicht entdeckt hatten. Und was für uns auch nicht uninteressant ist, ist die Möglichkeit, ein Live-Video da drauf schalten zu können. Das heißt, wenn bei uns jetzt irgendjemand im Studio ist, von dem wir glauben, da interessiert es die Menschen, dass der da ist oder der ist unterhaltsam, haben wir die Möglichkeit, über die App einen Push rauszuschicken. Achtung, in zehn Minuten Video-Livestream. Dann können die Leute auf das Smart-TV gehen, die App starten und dann sind die quasi live im Studio und das nicht auf so einem Monitor, sondern auf einem großen, ordentlichen Device. Das machen wir nicht so irre oft, auch weil es ein bisschen umständlich ist, aber es geht. So. Warum sagen wir, Fisch wäre the Fisch A? Es kommt immer spitze an, den Vorträgen Surkamp-Bücher zu empfehlen, deswegen habe ich mir das angewöhnt. Dieses rechte Buch, das kann ich wirklich empfehlen. Das ist jetzt nicht mehr so ganz druckfrisch, aber ich habe da viel gelernt. Mashup, Lob der Kopie von Dirk von Gehlen. Eine zentrale Info da drin ist die folgende. Kultur heute und kulturelles Schaffen heute geht durch Teilen nicht mehr kaputt. Und das, was wir machen, glaube ich, ist einfach auch kulturelles Schaffen. Konkret. Wenn wir jetzt hier vor 2000 Jahren zusammengesessen hätten und ich hätte eine Marmorstatue und die ist total geil und ich will aber, dass die Tim auch hat, dann kann ich die Tim schenken, dann bin ich die los. Ich kann die damit zerkloppen, dann hat sie keiner von uns und ich kann sie behalten, dann hat Tim sie nicht. Wenn ich heute eine MP3 habe oder ein E-Book oder ein PDF oder irgendwas und der Ansicht bin, Tim soll das auch haben, dann schicke ich dem das. Es geht nicht kaputt, die kulturelle Leistung wird nicht zerstört, ich bin sie nicht los, Tim hat sie trotzdem. Das dezentrale Paradigmenwechsel, der hier passiert ist und vor diesem Hintergrund, glaube ich, müssen wir auch über die Inhalte reden, die wir alle so machen. Es hat schlicht keinen Sinn mehr, die Sachen nur bei sich zu behalten, nach unserer Auffassung. Es gibt da viel Reibungswärme im Moment und Sachen, die man diskutieren muss, aber das sind Wachstumsschmerzen. Das ist nichts, wo man grundsätzlich sagen muss, aus diesem und jenem Grund ist das eine schlechte Idee. Diese kulturelle Entwicklung wird nicht mehr weggehen. Fisch wäre Fisch A heißt, dass wir so eine Multiplattform-Strategie fahren. Das klingt auch viel krasser, als es ist, aber eigentlich machen wir nichts anderes als uns bei der Grundsatzentscheidung, wollen wir die Leute mit allem, was wir machen, auf unsere Seite ziehen oder wollen wir immer dort sein, wo die Leute sind, dass wir uns für das Zweite entschieden haben. Konkret, wenn die Leute halt mobile Endgeräte haben oder darauf laufen Apps, dann brauchen wir für alles eine App. Wenn die in irgendwelchen WLAN-Radios in Mengen kaufen, müssen wir uns Mühe geben, dass wir in jeder Datenbank, die im Hintergrund solcher WLAN-Radios schlummert, auch gut zu finden sind. Smart-TVs hatte ich eben schon erzählt, vernetztes Auto zum Beispiel. Wo wir so mittelmäßig gut sind, sind so bildbasierte Netzwerke. Also wir machen das schon, aber okay, wir sind halt Audiomacher. Das heißt, wir müssen uns da auch immer ein bisschen dazu zwingen, auch noch ans Foto oder ans Bewegtbild zu denken. Das ist nicht unser Kerngeschäft, aber auch da versuchen wir immer zu sein. Sieht dann so aus. Also die Bilder, die jetzt hier sind, sind ein bisschen alt. Das obere ist aus einem BMW von 2012 und das untere ist aus einem Pseudo-Cockpit von Ford 2014, glaube ich, gemacht und so. Das funktioniert. Das ist also nicht so mega toll alles, aber es funktioniert, auch ohne große Aufwände. Und ich kann auch sagen, das ist tatsächlich was, was fürs Ego nicht so wertlos ist. Wenn du in einem BMW sitzt und mit zwei Klicks ist dein Programm dort oder dein Podcast, also das ist einfach geil. Das ist einfach wirklich irrsinnig Wahnsinn, weil da wachsen auf einmal Dinge zusammen, von denen man vor zehn Jahren auch nicht gedacht hätte, dass das möglich ist. Wenn du vor zehn Jahren gesagt hättest, ich will ein BMW, dann lass dich ja kaputt. Das ist ein DAX-Konzern. Da sind ja solche Bretter, die du da bohrst. Und inzwischen ist es möglich. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. So. Auch das ist eine Sache, die markenbildungsmäßig nicht zu vernachlässigen ist. Die Kollegen bei Spotify empfehlen ganz gerne mal unsere Podcasts herausgehoben. Und wenn du dann halt irgendwie zwischen Heute-Show und Tagesshow platziert bist, ohne dass du da irgendwas dafür getan hast, also wir haben da nicht darum gebeten. Das passiert von allein, ja. Dann nehm dich einfach Menschen da draußen anders wahr. Und zu Menschen zähle ich jetzt auch Leute, die Werbegeld verwalten. Das ist einfach eine Sache, die die Marke aufbaut und die für Glaubwürdigkeit sorgt. Auch das zum Beispiel ist nicht so ohne. Wir haben eine Playlist. Einfach die folgen im Moment 2000 irgendwas Leute. Das ist kostenloses Marketing. Jeden Tag sind 2000 Leute, die mit dir in Kontakt kommen, ohne dass du einen einzigen Cent dafür bezahlst. Die Arbeit, die da im Hintergrund passiert, ist schon bezahlt. Also der Redakteur, die Büromiete, der Strom, all der ganze Käse, den man bezahlen muss, damit sowas passieren kann, ist dann schon bezahlt. Wenn du es dann auch noch irgendwo anders ausspielst, kostet es nicht einen einzigen Cent mehr. 2000 Kontakte, jede Woche kommen die mit uns in Kontakt. Preis für diese 2000 Kontakte, 0 Euro. So sieht's aus bei dieser. Die sind natürlich nicht ganz so beliebt. Das wissen wir ja auch. Aber auch mit denen machen wir das ein oder andere. Das war im Prinzip der erste Teil, zu dem ich sprechen wollte. Jetzt komme ich so ein kleines bisschen zu ein paar Visionen Zukunft von Audio im Netz. Und da sagen wir jetzt einfach auch Zukunft von Postcasting. Also ich glaube, eine Leitfrage, die wir uns stellen müssen, ist, wer unsere Zukunftstreiber sind. Also wer treibt eigentlich diesen Dunstkreis, in dem wir zu Hause sind, voran? Sind wir das selbst oder sind es da auch so ein paar andere Entwicklungen, die stattfinden? Und ich glaube, da passieren Sachen, über die wir einfach nachdenken müssen, weil die Welt um uns herum plötzlich in der Geschwindigkeit drehen, die uns vielleicht ein bisschen zu schnell mitunter vorkommt. Also Integration in Verkehrsmittel ist ein wahnsinniges, wichtiges Ding. Stellt euch doch mal vor, wir sitzen in der Deutschen Bahn. Ja, ich weiß. Aber es gäbe halt irgendeine Möglichkeit, innerhalb der Deutschen Bahn in einem geschlossenen oder offenen Portal, das ist erst mal gar nicht die Frage, zentral auf Podcasts zugreifen zu können oder auf Audiodienste. Die dort einfach in einer ordentlichen, schönen Bibliothek findbar wären. Das wäre halt ein Traum. Also was ich dafür geben würde, wenn Detektor auf einer Bahn nutzbar wäre, das ist einfach mega. Und auch in U-Bahnen und auch in öffentlichen Nahverkehren, auch in Flugzeugen und auch in vernetzten Autos. Ganz einfach, weil es die Situation ist, in der wir einfach alle zu Hause sind. Ja, wenn du fährst, hast du das Auge in Benutzung, du kannst nichts lesen, du kannst nicht spielen, du kannst nicht daddeln, du hast es aber hören. Das ist ein exklusiver Zugang, den nur wir haben. Den haben die Tageszeitungen nicht und auch die großen Fernsehsender haben die nicht, den haben nur wir. Suchmaschinen ist ein ganz wichtiges Ding, in Verbindung mit so Sachen wie Sprachsynthese oder auch Audio-Mining. Also im Moment ist es so, dass die Suchmaschine das findet, was wir von Hand daneben schreiben. Wir müssen taggen und referenzieren und Klogue-Überschriften und SEO und all dieser ganze Krampf. Warum ist das so? Weil das semantisch-inhaltliche Verstehen noch nicht funktioniert. Also dass die Suchmaschine kapiert, was im Audio besprochen wird, das klappt halt noch nicht. So weit ist das aber nicht mehr entfernt. Auch deswegen halten wir das für wahnsinnig klug, einfach Sachen online stehen zu lassen. Da entsteht ein Archiv und du wirst halt immer besser findbar. Also auch jetzt kann man im Prinzip Sachen von vor vier Jahren noch finden. Also wenn Suchmaschinen anfangen, Audio zu verstehen, wird das sehr interessant. Beim Audio-Mining gibt es noch ein anderes Stichwort. Da gibt es im Prinzip gerade so ein Projekt, was bei Fraunhofer läuft. Man kann sich das ergoogeln, wo man Audio reinschmeißt und die dann quasi einfach die gesprochenen Worte und auch Inhalte automatisch daraus ziehen. Wir reden da über Übersetzungsleistungen danach. Also Audio-Mining kombiniert mit einem gut funktionierenden Translator. Das wird alles nicht mega geil sein, aber auch Leute in der Fremdsprache können dann plötzlich über inhaltlichen Zugang finden, worüber hier gesprochen wird. Georeferenzierung ist ein Thema. Audio-Adblocking ist, glaube ich, noch weit entfernt. Da gibt es aber auch jetzt ein Projekt, was anfängt damit zu werben, dass sie das gut können und dass sie identifizieren wollen, an welcher Stelle ist eigentlich gesprochene Werbung im Audio-File. Also auch da müssen wir einfach drüber nachdenken. Ab wann ist das der Fall? Wie gut kann das funktionieren? Haben wir unsere Einkommensquelle nur auf einem Fuß stehen oder haben wir mehrere Säulen und diese Sprachsynthese-Sachen? Also ich glaube, das sind Zukunftstreiber, die einfach die Welt, in der wir zu Hause sind, bewegen. So, bis jetzt wurde gelacht. Aber jetzt wage ich mich total nach vorne. Die Nele hat vorhin schon gesagt, kommt hier zum ersten Mal her und pisst gleich alle an. Das ist nicht mein Ziel, aber ich habe den großen Vorteil, wie gesagt, dass ich mit ein bisschen Außensicht auf diese Welt schaue, in der ihr alle zu Hause seid. Und das ist ja manchmal auch ganz nett, weil man sich da ein paar Sachen erlauben kann. So, ich habe das jetzt immer so gemacht. Ich habe ein paar Texte mit, die kann sich jeder kurz durchlesen. Und danach, glaube ich, gebe ich eine Botschaft in die Runde, über die wir diskutieren sollten. Ich kann ja auch vorlesen. Für die Stream ist vielleicht besser, ne? Also, Martenstein fragt, einerseits sieht man, dass das Vorhandene schlecht ist und dass dieser Kapitalismus sehr totalitär ist. Aber man hat dem nichts Richtiges mehr entgegenzusetzen. Frage, müsste man nicht Reservate aufbauen? Antwort, das geht nicht mehr, das ist vorbei. Du kannst nur noch mit Technik durch die Katastrophe gehen. Anders geht es nicht. Das war 98. Also die Frage Technik oder Inhalt, ich glaube, niemand der Leute da draußen interessiert sich für die technische Umsetzung eines Audios. Nobody ever. Das ist nett interessant zu diskutieren in der Szene. Das Audio-Setup ist wirklich meiner Mutti wurstegal. Es ist ja wirklich wurstegal. Welches Mikrofon, welche Verlötung ist das saubere Code, ist das dreckige Code, ist das schöner Code, ist meiner Mutti wirklich sehr egal. Wir müssen Sichtbarkeit über Inhalte herstellen. Nur so wird man gefunden. Zitat von Fehlfarben. Und wir tanzen bis zum Ende zum Herzschlag der besten Musik jeden Abend, jeden Tag. Wir dachten schon, das wäre der Sieg. Das war vor Jahren. Vor zehn Jahren hatten Podcasts ihren ersten Hype, lesen wir jetzt immer. Aktuell ist es wohl gerade so. Ich glaube, früher war mitnichten alles besser. Und es bringt überhaupt nichts, dieses früher zu betrauern. Das geht einfach alles nicht mehr weg. Das war vielleicht mal gemütlich und das war vielleicht mal alles schön, aber es geht halt nicht mehr weg. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Warum müssen wir das machen? Andere Frage, warum sollen die Leute meinen Podcast abonnieren, nicht irgendeinen anderen? Auch schon ein sehr alter Text, 78, Umberto Eco, der der Ansicht war, Popwerke, und ich glaube, wir zählen da einfach jetzt alle mal dazu, hinterlassen nichts Nachhaltiges, sondern nur so kurze, fragwürdige Fragmente. Da bleibt also nichts von Gehalt. Die Antwort darauf, glaube ich, muss sein, dass wir diesen USP, also diesen einzigartigen Stellenwert, den unsere Produktion bieten, den müssen wir einfach selbst schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass das, was wir produzieren, auch in zwei Monaten, in sechs Monaten, in einem Jahr oder in drei Jahren noch Relevanz hat. Dass es nicht austauschbar ist, dass da inhaltlich irgendwas bei rumkommt, was die Leute gut finden können, wo sie auch Fan von sein können. Wenn wir austauschbar sind oder irgendwie keine, nicht hinter dem inhaltlich stehen, was wir tun, dann hat es einfach keinen Sinn für die Leute in einer sehr großen Welt mit tausenden und abertausenden Konkurrenzangeboten an uns zu hängen. Die Sache mit dem Geldverdienen. Der Text ist schon ein bisschen jünger, aber auch nicht mehr so druckfisch, Klaus Walter. Der ganz heiße Scheiß ist heute beschwerlich. Die Nischenökonomie so kaputt wie die New Economy. Also ich glaube, auch da ist ein ganz zentraler Paradigmenwechsel, den man einfach mal benennen muss und den man verinnerlichen muss. Und ich will auch darüber ehrlich gesagt nicht mehr diskutieren, sondern der heißt wie folgt. Das ist nicht scheiße, über das Geldverdienen zu reden. Wenn jemand Geld verdienen will, ist das nichts Schlimmes. Er ist auch kein Kapitalistenschwein. Er ist niemanden, der irgendjemanden was wegnehmen will. Er will einfach mit dem, was er macht, davon leben können, seine Miete bezahlen zu können. Und man rennt da teilweise gegen viele Vorurteile an. Und das ist nicht so ganz fair, weil ich glaube, über kurz oder lang bringt es die gesamte Landschaft weiter, wenn da irgendwie einzelne Leute nach vorn streben. Professionalisierung ist, glaube ich, das nächste große Thema. 98 war der Schlingensief noch der Meinung, das Publikum weiß das zu gutieren. Scheitern als Ästhetik quasi. Scheitern der Entertainer und seine zynische Versöhntheit mit der eigenen Machtlosigkeit. Das ist, glaube ich, einfach alles vorbei, weil dieses gelegentlich mal Scheitern ist irgendwie süß, aber Scheitern als Prinzip, finde ich, ist wahnsinnig nervig. Also Professionalisierung ist einfach was, über das man fortwährend reden muss. Das hört niemals auf. Und dann ein Text aus der Jungle World. Das Angebot erschlägt einen geradezu, macht in seiner Vielfalt deutlich, die ständigen Tode, die da ausgerufen werden, sei es der Tod der Musikindustrie, der Tod des Tonträgers, sind selbst nichts weiter als ein Mythos, ein Ammärchen. Am Kuchen verdienen lediglich viel mehr Personen viel weniger als in den Jahren der Überschaulichkeit. Auch das ist, glaube ich, eine Botschaft, die wir uns vielleicht dann öfter mal verinnerlichen sollten. Es ist genug Kuchen für alle da. Das Teilen tut überhaupt nichts. Das ist nämlich die nächste Sache. Warum machen wir das hier? Warum sind wir hier gelandet? Warum werden wir nicht endlich erwachsen? Weil wenn man erwachsen wird, lernt man eins, dass Teilen nicht unbedingt was Schlechtes ist. Man hat nicht weniger, nur weil man teilt nachher. Und ich glaube, dass dieses Kuchenteilen was ist, was vielleicht wir uns wieder verinnerlichen sollten, öfter mal. Und warum habe ich diese ganzen letzten Sachen überhaupt gesagt? Letztes Zitat, Songtext. Ich habe in dem Sendegate in den letzten Wochen und Monaten die ein oder andere Diskussion einfach mitgelesen. Ich bin da kein Nutzer. Und ich muss euch ehrlich sagen, was da passiert ist, fand ich teilweise erschreckend. Viele mögen Angst haben, dass die großen Plattformen und die großen Player euch irgendwie kaputt machen oder uns irgendwie kaputt machen. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine andere Diskussions- und Debattenkultur. Weil wenn ich sowas lese, braucht es diese großen Player nicht. Das schaffen wir dann allein, dass wir uns gegenseitig kaputt machen. Jemand, der nach vorn geht und irgendwie ins Risiko geht, bringt die ganze Branche nach vorn. Da profitieren über kurz oder lang alle davon. Man kann über ganz viele Einzelsachen reden. Aber das ist, glaube ich, eine Debattenkultur, die niemandem hilft. So, ich hoffe, jetzt hat mindestens jeder einmal gedacht, was für ein Arschloch. Ich wäre im Prinzip fertig. Letztes Popkulturalist-Zitat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin für alle Fragen gern zu haben. Bin auch noch eine Weile da. Muss nicht alles jetzt sofort sein. Wer mich lieber im Kleinen irgendwie kritisieren will, der darf das auch tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus 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 Vielen Dank.